Kannst du mal aufhören damit? Oh Junge! Du wehrt ja einfach nur. Ey! Du bist so ein verdammtes Arschloch, ey. Warum machst du das? Jetzt hörst du mich zu... Jetzt hörst du mich zu... Jetzt hören wir dich gar nicht. Wieso bist du dann so leise, Mann? Nein, ich hab's gar nicht, ey. Ich bin grad auf dem Auto eingegangen. Du bist so ultra leise, ey. Ja, ich bin grad in den Audio einstellen. Da muss ich vor mich einfach... Was ist denn jetzt los? Komm doch mal ganz kurz rein, Alter. Um mir aufzureden, man hört dich sowieso nicht, Alter. Wenn ich jetzt aber auflege, ist das gespräch. Geht doch wieder. War so gut. Mmh, das knackt schön. Kristallklarer Sound. Ja, das geht doch schon wieder viel besser, ey. Ist es jetzt besser? Ja. Hört ihr mich jetzt, äh, gut? Ja. Was? Alter. Warum... Wer hat mich denn jetzt getötet von euch, Mann? Ich vermute mal, das haben wir... Jo, 3 FPS, ey. Geil. So mag ich die Räume. Ja, wir kommen hier nicht durch, ne? Äh. Alter. Was ist denn das hier gerade die ganze Zeit? Also irgendwie ist jetzt hier grad... Ja, jetzt geht's wieder, ne? Hm, komisch. Er kommt runter. Er ist Hannover. Krieg deinen Hurenarsch hier hin. Niemals. Ja, Fehler. Könnte ich vergessen eigentlich. Ha! Geschafft! Er hat sich geschafft. Er steht da noch nicht. Drücken. Ich hab's schon geschafft, Mann. Scheiße, er ist wieder ganz die Türke. Oh, Mann. Der Anfang ist schon so... Oh, Mann. Der Anfang ist so tricky, ey. Da kommt man gar nicht dran, ne? Ja, nee. Jetzt trickst du, trickst du mal. Der Anfang ist schon tricky. Ich starte auch jedes Mal hier unten, Alter. Ja, Junge, da hast du nicht eine. Du standest auch genau, wo ich gerade. Ich stand schon auf der ersten Schluck, jetzt. Okay, drück. Überhaupt nicht, Junge. Ich stand hier neben dir. Ich hab jetzt mal selber nochmal draufgedrückt, du Haken, Junge, Alter. Er hat mal ganz die Frise, ey. Ja, wirklich, Alter. Du bist so'n Hose. Du bist so'n Hose. Ich weiß dafür, dass du Obdachlof bist, Alter, auf meinem Server abgammeln musst. Drück jetzt! Ey, Wayne. Hatte die haben dir eigentlich jetzt mal schon das Gag gegeben, ey? Kennst du ihn doch, Alter, ey? Wenigstens bin ich ehrlich, ich hab meine Schulden geglichen. Ich seh Wayne einfach nicht. Ich weiß nicht, wenn sie... Ja! Kannst du sonst mal hinten? Ich seh Wayne gar nicht! Nee! Na was? Was ist denn jetzt hier mit der Tür? Ey, aus dem Weg! Checkpoint! Doch! So'n Tour! Oh, nee, ey. Ist das jetzt hier wieder der unendliche Tower, oder was? Nee, ey. Nee! 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 Ey! Versteh ich nicht. Versteh ich schon nicht. Achso, da... Boah, Junge, ey. Jetzt hab ich's auch mal geblickt. Ich blick einfach schon den Sprung da rein, ey. Schisch! Na, ich auch nicht. Fuck, man! Was? Was? Das ist die ganzen... Hurenkreppen hier hochzunehmen. Hey, ich kann den nicht. Schorle. Ich wollte irgendwie ein bisschen zu disabled dafür, muss ich ehrlich zu werden. Öh! Oh, Junge! Hör doch mal auf! Mich hier drauf, wieder runterzuschlagen. Hör auf! Mach's doch einfach normal! Ne, ich kann's nicht normal! Ich... 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 Ich kann's nur mit hacken. Oh, leil! Ich hab jetzt auch gemacht. Leil, wo gehst du denn hier lang, ey? Ja, jeder kommt eben... Kommt mit anderem Signal an. Ich weiß jetzt hier nicht mal, wo ich hin muss. Ich hab's gemacht! Mit meinem... Nein, mit deinem Signal. Ja, well. Bist ein bisschen lackensam gewesen, glaub ich. Ja, well, das ist auch gemacht. Das andere hat's doch kein einziges Mal mit seinem Signal gemacht. Ne, bräuch ich auch nicht. Ich hab ja euch. Dummdödel, ey. Steht ja auch nicht... Mach's mit deinem Signal an der Stelle. Da steht nicht immer, dass ich überhaupt was machen muss. Keine mal zum Ende hinfliegen und die Tür... Ab reinreißen! Ab reinreißen! Ha! Oh, du Opfer! Ich bin übel... Hey, das war grad ein Bug. Hast du's gesehen, Alter, noch? Ne, hab ich eben nicht. Oh, leil. Hab ich durch. Die Tür war... Ich mein, ne Millisekunde offen. Ich hab nach vorne um die Steuerung gerückt. Das ging nicht. Guck, ihr da ist schon wieder. Hast du's gesehen? Mach bitte nochmal den Sound. Das ist ja sehr selb... Sehr detailgetreu. Aber alle euch verpissen, ey, der Schneegewitz. Und, ey... Und, ey... Und, ey... Wer knuspert denn da gar zu laufen? Und, ey, der hat hier ein bisschen leer an sein. Das ist leer an, da. Drei Euro T-Shirt und... Jungen, was ist das denn hier für ne Challenge, ey? Das ist mir scheißegal, mit welchem Signal ich hier durchkomme, ey. Oh, ich bin durchgekommen! Loy! Loy. Hä? Hä? Das kann doch niemals in Begleis-Sekunden schaffen, Mann! Ey, natürlich! Ich bin halt easy durchgekommen. Das war mein Signal, weil am Ende siehst du ganz genau, wenn die Tür aufgeht. Und ich hab auch keinen Fehler gemacht, by the way. Oh, das bringt einfach nix, ey, wirklich! Diese Challenge, das bringt nix. Tja. Wenn ich nur ein Signal... ...lay ich glaube nicht. Ich stehe alles verlaufen... ...einmal! Nein! Warte mal! Nein! Warte mal! Warte mal! Warte mal! Warte mal! Ah, ich hab'n'n Fehler gemacht. Oh, Junge! Wenn ich das jetzt hier gleich mache, dann heißt das einfach... Nee, Schatz. Die Tür ist offen! Nee, schon klar ist alles anders. Ich hab' jetzt auch... Alles anders irgendwo runtergefallen. Bad. Okay, dann geht das natürlich... Superbad. Ey! Ey! Er ist auch noch was sagst du dazu? Diesen Ausstoß? Ey! Ja, du hast zu meinen Gelächtern gerade gehört. Ich kann aber nur rollen. Du Überholzer. Ey, zeig mir mal dein Bestes, bitte. Ja, warte. Dann muss ich noch mal ein bisschen Energie absorbieren. Ja. 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 Meins ist auch mittlerweile Medium. Oh, bist du einer der ganz hart? Nee, naturell. Bah, nee, Mann. Ja, Fehler. Schon verkackt. Ja, das geht noch nicht los. Lea muss das erstmal schaffen. Oh, hab's doch eh schon dreimal probiert. Ich hab's doch eh schon dreimal, eh schon dreimal probiert. Seine Hakenkreuzbutter... Vielen Dank.